Weg mit Odea, niemand mag Odea. Gegner haben Syndra gepickt. Scheißegal, du Gameplay? Raptor hat gegen mich gespielt. He is the worst player. You will see. He will int and cry all game. Nein, what the fuck? Junge, wie er versucht, die Laune hier im Chat schon kaputt zu machen mit der Möglichkeit, dass das das selbe je wie im letzten Game sein könnte, weil es ja das selbe Champion und niemand sonst spielt je. Das ist krass. Erst zwei gehen jetzt einfach nur los. Das ist meine App von Placement Games war eine Katastrophe. Die ersten zwei. Ich stehe jetzt zwei, drei. Ja, okay. Digga, ich habe gerade einen Chatter von mir gegoogelt und dann kommen Clips von mir und das war so random. Was? Ja, ich habe nach einem Chatter von mir gegoogelt. Ja. Und es kommen Clips von mir auf random Basis, aber die nicht von ihm sind. Okay, hä, das ist komisch. Trash geht rein. Könnten maybe hier. Ja, ne, die werden, die sind seltsam invaden, oder? Obwohl mit dem Team wäre schon krank dumm. Niemals invaden die. Das ist wirklich respektlos. Du spielst Syndra und dann pickst du einen schlechten Skin. Das ist so peinlich. Topside Start? Probably. Doch nicht, das ist genauso schnell wie ich. Ja, dann machen wir dasselbe, was wir eben gegen ein Video gemacht haben. Nochmal, wa? Interesting. Das war richtig nervig von der. Die Move zu dir. Ja. Ich fürchte, ich habe auch schon wieder verkackt. Alles gut, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, ja, ja. No way. Das war ein kranker Taunt. What the fuck? Bot Lannister. Oh no, was habe ich hier angezettelt? Ich weiß nicht. Hätte der Fresh einfach nicht gehuckt, dann wären die nicht gestorben. Warum macht der... Man, das hat mal so gut funktioniert, früher bei der Invade. Das hat sich geändert. Äh, alle sind tankier. Wir haben jetzt nur einmal den Support gekillt. Das passt. Also, no joke. Also, vielleicht war es wirklich ein schlechter Invade, aber im Endeffekt wäre es so rausgekommen. Fresh wäre auch nicht gestorben, wäre nicht engaged. Ich habe den Invades auch mal mit Little Tempo gespielt. Das ist natürlich geiler im Early. Ergibt das jetzt... Du meinst doch auf das Timing an, wie du dir antriffst. Gucken. Ja. Mirks kosten 1, 3? Digga, mein Geld wird mir aus der Tasche geklaut. War ein Problem hier, scheiße. Oh, der Hook wäre so schön gewesen. Ich komme hin. Ja, wir kommen raus, glaube ich. Ja, aber ich würde nämlich noch fighten. Ja, geil. Schön, dass du da engaged, damit ich nochmal movee und damit ich jetzt schön nochmal Minions verliere. Du bist der geilste. Was würde ich ohne dich machen? Ich habe Ult. Ja, 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 ja. Und dann kommt ein Baby auch. Ja, Copeland ist da. Willst du? Ja. Ah, kommt. Okay. Geil. Da war... Das war gerade Peak-Little-Tempo mit den geilen Stacks. Oh, du hast ihn. Brauch aber kurz. Syndra miss. 4 Sekunden für E. 3 Sekunden. Hört vielleicht an Syndra hier. Geil. Wie kommt Syndra jetzt noch? Syndra ist jetzt hier. Ich lese heute eine Nachricht vor. Rank Reset auf Iron 2, Vuga. Boah, auf Iron 2 ist hart. Nächste zwei Wochen werden Hölle. Ich könnte es mir auch nicht vorstellen, Digga. Ich glaube, overall in Iron sein muss so geisteskrank hart sein. Also an alle meine Iron-Spieler. Ihr habt meinen Segen. Die Sache ist, ich glaube halt sowas wie... Also es wird immer gesagt, Eluel existiert nicht, aber Realtalky existiert. Nee, nee. Mathematisch existiert sie nicht mehr. Nein, 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 aber ich sag trotzdem, gibt's sie halt noch. Naja, wenn bei Iron 4 für dich Eluel ist, ja. Also ich sage halt, du bist halt so doomed in der Elo, wegen den Games und wegen den Leuten, die du in den Games bekommst, dass man das schon Eluel nennen kann. Ja, aber wenn du gut genug bist und ich früher war es ja so, dass du wirklich... Du konntest ja Bronze 4, 0 LP sein und plus 15 minus 25 kriegen und das geht ja nicht mehr. Ja, okay, das nicht, aber ich meine jetzt so, keine Ahnung, die Menge an Leuten in, sag ich mal, Iron 3, die sagen, entweder ist eh nur Iron 3, ich renne runter, ist eh nur Iron 3, ich gehe auf K, ist eh nur Iron 3, ich... Ja, die ist natürlich wahrscheinlich gegeben, das stimmt wohl. Die ist viel höher als die auf dem anderen Rand. Hallo? Warum ist sie so schnell? Weil sie Swifties gebaut hat? Oh, scheiße. Warum mach ich das denn, Digga? Aber du hast ihn auch interrupted, also... Oh, lol. Wunderbar. Ich hab noch Ult. Ja, 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 ja. Ich ult rein, ich sterbe, aber ich ulte. Ich hab keine Ulti, leider, aber hab ich mega Bock drauf. Bitte. Der hat Swifties, das ist so'n Scheiß, dass die Swifties hat. Bei mir, wir haben Kills dafür bekommen. Ja. Ich hab nicht genug Attack-Speed. Ich hab noch nicht genug Attack-Speed. Ach so mein Gott, ihr fightet noch weiter, wenn ich das gewusst hätte. Naja, ich hab aber ein bisschen verkackt. Ich muss doch ein bisschen move'n, aber dann kann ich ulten. Geil. Ich bin jede Sekunde in Range. Ja. Wir sind fein, glaub ich. Geil. Oh, das ist so gut für uns. Fünf Stacks auf ner Gewenden jetzt. Hm. Oh, sie tötet den. Sie tötet den eiskalt. Ah, die tötet mich. So sad. Mann, ich komme nicht in Range, weil sie weggefahren wird. Bruder, was ist denn meine Range? Mensch, ich konnte dich hier nicht ulten. Hä, wo ist er jetzt? Ach da. Lol. Hasix. Okay. Meine Ult wurde abgebrochen, weil du in die Q gegangen bist. Oh. Dann hat sie mich gestunnt. Ah ne, sie hat mich gestunnt. Was, kommt sie hier noch? Ah ne, schade. Ich dachte, Syndra kommt noch. Das ist jetzt das Dagger 250 kostet. Das ist so weird, wirklich. Wenn du hooked kriegst, bin ich da. Krieg ich da nicht. Ich finde die Leute am besten, die typen, während sie einfach nur rumstehen, Digga. Das finde ich immer wirklich... Boah, das ist... Mach nicht kirre, Digga. Also die... Syndra ist echt nicht gut eigentlich. Boah, was macht Khazix dann mit denen? Naja, nix, ne? Die dürfen eigentlich nicht gegen diese Syndra sterben. Na, aber gegen Khazix. Was macht sie? Das ist so selten dämlich. Okay. Oh mein Gott. Nee. Nee. Ich wollte Ressourcen spannen, damit ich beide krieg. Jetzt krieg ich keine. Hätte ich wirklich Q engagen müssen, dann wäre sie gestorben. Hätte ich das... Ich weiß ja nicht. Ich hab erwartet, dass nämlich Stunt die Syndra, aber es kam nicht. Ganz komisch. Also Jungler und Support und Midlane sind hier unten. Ja. Verdienter Kill. Oh, als ob wir allein sind. Ja, bitte. Hätte ich noch grad sagen, Digga. Wunderbar. Khazix ist halt noch irgendwo hier, aber sollte fein sein. Geil, wie man den zerschnitzen kann, Alter. Das frisch mit Ragebett fertig, Liebes. Das ist übergut. Das war ein wichtiger Play. Die legendäre Split-Push-Jally. Oh, sie starten noch gar nicht. Ja, schon wieder er. Ich hab gecued, ich hab gecued. Scheiße, mein Flash war giga-wasted. Das war aber Drakon, das war aber Drakon. Statt zu feiten. Das ist giga-strong, Digga. Heilige Scheiße. Das hab ich gar nicht gecheckt. Super angenehm, wirklich. Und grad niemand mehr gegen an den Jungen. Ich liebe das, wie der X-Gran einfach stirbt. Ja komm, Gwen, nimm du. Nimm du, Gwen. Alles gut, alles gut. Nimm du, Gwen. Guck mal, den Splot, den Pot... Ah! Deutsch! Guck dir den Top-Lane Split-Push an. Ja, wär doch krasser, wenn einfach Gwen Top-Lane wäre. Das wär cool, ja. Ich geh jetzt aber hin und fahr mit dem los. Oh! Oh, das war... Das war... Syndra, my bad. Ähm... Interessant. Ey, wunderbar, wirklich. Geil, die hast du auch immer nicht gechanged haben. Ne, du musst rechts... Hast du rechtsklickt oder ge linksklickt? Ich... Rechtsklick, glaub ich. Ja, okay, dann... Ne, dann haben sie's nicht gefixt. Weil ich hab einfach auch immer ge linksklickt und dann ist immer noch Scheiße und rechtsklick geht auch. Okay, was bauen wir jetzt? Bauen wir doch actually noch Witzend da drauf? Ne, da gibt ja gar keinen Sinn. Oder was will der hier oben von meinen Eiern? Doch ich liebe, wenn Bot-Lanes aus zwei ADCs bestehen, dann ober-extenden die immer so irrational manchmal. Wo leben wir grad Pryon? Barron oder Drak? Safe, Barron. Keine Soul Punch. Außer natürlich, wenn die Drak und Pryon haben, würde ich auch Drakon contesten. Haben wir einen Cap? Das verrückt, ja. Oh mein Gott, wunderbar. Wenn wir schnell sind, dann wird der nicht kommen können. Ja. Siri, hallo, bist du blöd? Selbst ich bin schneller da und ich bin von der Bot-Lane hochgelaufen. Ah, fuck. Okay, diesmal nicht direkt danach verlieren. Ich weiß einfach, wenn du reingehst, dann muss ich auch reingehen. Egal was passiert. Das war super wirklich. Ich muss einfach hoffen, dass du den Fight carryst, dass es funktioniert. Ja, mit dem Knocker und allem war richtig gut. Ich dachte nicht, dass du überlebst. Aber es war auch geil gesehen, dass du da so viel... Ja, sie hatte keine Vision auf mir. So ein Überraschement muss ich nicht nehmen. Das hat sich richtig gut angefühlt. Den Fight gerade auch eine ganze Tech-Speed. Das war actually Game-Waning-Fight. Wir können nicht enden, Bro. Oh, scheiße, ja. Hast du recht. No way. Das war richtig. Das war ein geisteskrank geiler Engagement, der da gemacht hat. Das beim Drake. Ich durfte das auch nur knapp nicht. Ich weiß nicht ganz, wie ich den Root von Senna gedodget habe. Hätte ich den nicht gedodget, dann hätte ich das nicht gedodget. Das war jetzt nicht smart. Hm. Vielleicht kann ich das gut machen. Das ist ja so eine widerliche Falle. Ich weiß gar nicht, was jetzt Plan ist. Safe, Mitte pushen. Und dann beim Lens-Push-Fahrer-Line. Äh. Wegen Fresh. Wegen Fresh in Senna. Ist auf jeden Fall jetzt irgendwie Mitte pushen jetzt schon. Ähm. Na, den würde ich nicht unbedingt gerne engagen. Eie. Also, das war wirklich... Also... Äh. Au. Scheiße. Und auch ungern gesagt rein. Da sind die Syndra in Gauges. Oh, doch, doch. Wenn macht das. Wenn macht das nicht. Scheiße. Macht Seri das? Erstmal chased eh Seri als Jins nichts. In keiner Welt denke ich, dass du... Macht die überhaupt Schaden mit dem Bild? Nee. Null. Ja. Nö. Also, das war von Anfang an ein bisschen cursed. Bruder, das Game... Bruder, wir sind an deren Nexus. Wir haben zwei Indips. Wie... Warum... Warum ist das denn noch so... Fragwürdig, ob wir das Game gewinnen. Wie kann das möglich sein? Da alleine zu fighten. Nicht als fünf, sondern... So war halt echt nicht smart. Das ist jetzt einfach für Drake spielen. Oh, wieder Flash up, alles wird gut. Oh, die Kappe hier ist noch ab. Wie hat der die aufgelassen? Wie hat der die aufgelassen? Das ist ja dumm. Ach so, weil Gwen endet. Ach so. My bad. Hab ich nicht gesehen. Fast zumindest. Wir sollten halt eigentlich... Warum können wir nicht mit so durch pushen? Ich check das nicht. Ähm. Müssen wir jetzt auf Gwen warten? Oh, Barrens Bombs. Müssen wir jetzt auf Gwen warten? Ist die Frage. Ich... Ich hab das Gefühl, ja. Scanner Spot. Hat aber TP halt. Oh. Das war wiederum wunderbar. Oh fuck. Wenn wir... Jetzt sollten wir eigentlich viel Barren machen können. Ja. Wie, lass doch einfach Barren machen. Ja. Gibt's kein Boystead im Game? Nee. Für mich aber so nicht. Schön wärs. Oder du stirbst. Was? Ich hab nicht getaunt. Hätt ich vollidiot. My bad. Sorry. Ich mach für dich. Guck mal, hat geklappt. Wir sollten halt wirklich einfach beenden. Ich weiß nicht, warum wir hier im Jungle fighten. Ja Gwen endet das schon grad. Ja, ich weiß. Das ist so... Das ist so verrückt eigentlich. Weil... Endet das halt... Ah, endet sie? Ich weiß nicht, warum wir so... Warum wir die... Warum das Game so komplett toxic war, Digga. Es hat mich so abgefuckt. Aber wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ja. Für welchen Preis? Ich krieg 28 LP. Ist das gut? Ich glaube. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich hab meine erste Rank-Runde jemals gespielt. Und bin Irel4. Stabil, Bruder. Weiter so. Viel Spaß. Das Game ist cool. Glaub uns. Du wirst nur zwei Jahre brauchen, um es zu merken. Ja, ja. Dauert ein bisschen. Wie geht das, was der Armand ist. Was der Armand ist. Vielen Dank.